Hallo, hier ist Naruto 1986, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey Part 41, jetzt gibt's da weiter, wo wir auch aufgehört haben mit dem Ganzen. Wir sind hier gerade flüchten und abhauen von welchen Leuten und ich versteck mich mal hier. Bist du dir sicher? Ne, 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 lass mal lieber. Mein Freund, das lass mal lieber einfach. Seid ihr mal lieber nicht so sicher hier, dass du mich hier noch kriegst. Hey, halt. Komm ruhig vorbei, komm. Jetzt stirbt er doch eigentlich, Mann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Meine Zeit ist abgelaufen, ich glaub's nicht, eurem Kumpel seine Zeit ist abgelaufen, habt ihr gerade gesehen eben. Hm. Ach, ein sehr ernsthaft, du denkst, du kriegst mich noch, ich glaub nicht, dass du mich so weit noch kriegst, Alter. Lass mich mal kurz grad gucken, hier schnell, bei meinem, ach, bei meiner Kohle hier, Gott. Hm. Hm. Was willst du, Spaten? Nee, nee. Ach, der da drüben jetzt, dieser Vollhaustruder. Ach, komm, Leute, jetzt haut doch mal alle ab jetzt. Hier, Bäh und Penner, haut doch mal alle ab jetzt hier. Nervt mich jetzt grad mal nicht. Ja, verdammt. Ja, das ist ein bisschen witzig, jetzt gerade, weil ich das jetzt, so. Alter, hier seid solche Penner, wisst du das? Blödheit wird nicht, ich schwör, Blödheit wird, ich glaub, glaub mir, Blödheit wird bei euch nicht siegen. Wer hat mich jetzt schon wieder entdeckt, Alter? Welcher Hundekopf hat mich jetzt schon wieder entdeckt? Wollt schon grad sagen, Alter. Weil, Blödheit wird bei denen nämlich nicht siegen, gerade. Das hat man grad gemerkt, eh. Hm. So. Hm. Na klar, wenn die Penner mit ihren Leveln hier rumrennen, ist es dann okay, wo nur dann... Hm. Jetzt siehst du hinten. Alter, Vater, geht doch nicht, Alter. Hm. Oh, scheiße, hinten, ich brenne! Dann löschen wir uns erst mal gleich wieder hier. Hm. Boah, die Klappe da draußen, Alter. Man darf halt einfach die Fresse. Ich verziehe mich nur gerade hier. Hm, ciao. Hm. Tja, ihr Penner. Wenn ihr so blöd seid und darauf reinfällt, ja. Dann schimmst du auch. Hä? Was ist denn... Wo ist die Klappe, Junge? Den Tod hast du grad verdient eben, Alter. Wenn du noch zu mir herkommst, dann wundert dich nicht, wenn du stirbst, Junge. Tja. Er schreit mir schon wieder rum. Hm. Was ist denn hier schon wieder am Schrein, hier, Alter? Und ciao. Lass mich von so einem Video noch mal hier. Mich auslöschen, das kannst du vergessen, Alter. Bin ein Stück. Hm. Ich bin hier gerade so schön am Aufräumen. Bei den Hündeköppen. Hm. So. So, der Ding. Dann, äh... Ja. Eigentlich mein Ding längst doch schwirgst ja wieder ganz schön nach hier. Hm. Echt, keine Chance, Alter. Ihr Trottel. Ihr meint auch, ihr habt... Ihr glaubt auch, Alter, ihr habt eine Chance. Ihr habt nur eine Chance. Ihr habt nur echt nur eine Chance gegen mich, weil ihr alle auf einmal auf mich losgeht. Ihr Hundeköpfe, sonst hält ihr gar keine Chance. Aber wenn ich euch einzeln wegkriege, gerade wie jetzt eben. Dann, äh... Tut ihm echt nicht leid, dass ich dann... ...vom Dreck hier greifen muss. Hm-hm. Noch zwei Schatzkisten soll's hier geben. Okay. Nee, nee, nee. Lass mal lieber. Ich guck grad mal hier. So. Ich mach mal gucken, ob ich noch ein paar Leute ausmache. Oh, ich stehe Anführung. Ich guck mal, databases. 会ben, Möglichkeiten... Und dann ist hier gerade keiner mehr da So, da bin ja der Hausanführer und hier so Der Anführer braucht kein Haus, das glaube ich jetzt schon mal Geht keiner, das ist gut Mhm Alexios und Hm, jetzt schon mal zu regnen, finde ich cool Mhm So Na gut, dann kommen wir mal hier Hier in die Stadt zurück Perfekt Mhm So Uff Okay, ja Na gut, ich glaube, es war noch zwei Parts und dann ist Schluss für heute Zwei Parts würde ich wahrscheinlich jetzt noch machen, aber ich jetzt noch zwei Parts hinkriegen Das sind dann 43 Parts, dann das reicht dann auch, weil der 43. Part ist auch der letzte Weil dann mache ich das Was wünscht das lange dann auch, dann kann ich nämlich den 44. Part morgen Dann habe ich hier genügend mit 1000 Äh 900 und solche habe ich dann über diese Äh 1600 400 Ähm 300 Minuten Habe ich dann genügend zusammen Dann kann ich endlich dann mal wieder längere, dann kann ich wieder mal ganz schön längere Parts einsetzen anfangen damit Hm Okay Dann schaue ich mir hier nochmal ein bisschen um hier kurz Ja, okay, dann rein ich mal schnell zu hau Dann, okay Ich glaube, dann muss man halt spüren noch gucken, was es hier noch richtig zu machen gibt Kann man spüren nochmal richtig ein Sekunden Rein ich kurz mal schnell zu hau Oh Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Haha Perfekt, da drüben gibt es ja schon was Was ich mir holen kann Was neues holen kann So Oh Ja wo jetzt, hallo? Oh Ach das der Hau auch auf, mal leider, von dem secrest du es ist n Nadal Leck mich doch gerade, wie Kehm Was ist das schon denn? Oh ne, das ist das Unterschrift schon, Reißen ist das hier Was ist das denn, na ne das ist das Unterschrift schon, Reißen ist das hier so gut so werden das ganze spiel jetzt so schuldig hauens kann ich vergessen so dann bin ich jetzt hier ein paar bis in den nächsten part wieder einer ruten 286 ich freue mich aufs bis zum nächsten mal also bis gleich und viel glück und spaß noch beim netzplay ich freue mich auch sehr